servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas nein hinter mir sind keine alpen ausnahmsweise sondern pyrenäen ich bin 1300 kilometer von zu hause weg in den pyrenäen und zwar zur ews 100 in ludenville ich sage das einfach so als andere kann ich eh nicht aussprechen wie man es eigentlich wahrscheinlich richtig ausspricht genau ich war ews hier also ews 100 bin mal richtig gespannt was mich hier erwartet ich war noch nie in den pyrenäen ist mein erstes mal dass ich ja mal was anderes erkund ich habe übel bock hier sieht es ultra geil aus die landschaft und die ortschaften unten und so das ist richtig fett also gefällt mir bis jetzt schon richtig gut was ich da gesehen haben wir schauen jetzt mal was abgeht ich fahr gerade hoch zum training zu der ersten stage die wir heute morgen in der ersten trainingszeit trainieren dürfen bzw 2 sind es genau und nach mittag müssen wir dann noch drei andere trainieren und ja ich würde sagen wir fahren jetzt mal mit dem lift hoch ich gucke was mich erwartet und ihr seid einfach dabei ich wünsche euch wie immer viel spaß mit dem video und ich würde sagen let's go zurück Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Let's go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020